Vor der Küste der griechischen Insel Zakynthus hat es ein Seebeben gegeben. Teile des Hafens wurden beschädigt. Die Erschütterungen waren auch auf dem Festland zu spüren. Verletzt wurde offenbar niemand. Ein starkes Seebeben im irnischen Meer hat Griechenland erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag nach Messungen verschiedener Erdbebenwarten in der Region um die bei Urlaubern beliebte Insel Zakynthus und hatte eine Stärke zwischen 6,6 und 6,9. Niemand wurde verletzt. Verschüttete haben wir nicht, sagte der Bürgermeister der Insel, Pavlos Kolokozas, im Staatsradio, Erd. Es war ein starkes Beben, sagte der Geologe Eftymios Lekas im griechischen Rundfunk. Das Zentrum lag demnach rund 44 Kilometer westlich von Zakynthus in einer Tiefe von etwa 10 Kilometern unter dem Meeresboden. Es habe mehrere Nachbeben gegeben. Tausende Menschen flüchteten auf die Straßen. Auf Zakynthus stürzten tausende verängstigte Menschen auf die Straßen. Viele verbrachten die Nacht in ihren Autos. Die Schulen sollen heute geschlossen bleiben und von Statikern kontrolliert werden. Bewohner berichteten, der Strom sei in weiten Teilen der Insel ausgefallen. Wir sind mit unseren Kindern jetzt in den Autos. Die Menschen haben Angst. Ich sehe Schäden an den Wänden der Häuser hier, sagte ein Augenzeuge einem griechischen Nachrichtensender. Örtliche Medien berichteten, das Beben habe Teile des Hafens von Zakynthus zerstört. Außerdem soll ein Kloster auf der kleinen Insel Strophadi beschädigt worden sein, so dass Staatsfunseen, Erd, aus anderen Gebieten seien Felsstürze gemeldet worden. In der auf dem Festland gelegenen Stadt Byrgos auf der Beloponnes fiel ein Teil einer Kirchenmauer in sich zusammen. In den ersten zehn Stunden nach dem starken Erdstoß wurden mehr als 30 Nachbeben mit einer Stärke zwischen 4 und 5,2 gemessen. Die Schäden waren wohl vor allem deshalb begrenzt, weil die seismische Energie sich hauptsächlich in westliche Richtung, also von Zakynthus weg, entlud, sagte der Seismologe A.S. Zylentis im Staatsfunseen. Zudem seien die meisten Häuser wegen der starken Erdbebengefahr auf den Inseln im irnischen Meer mit tiefen Fundamenten und verstärkten Betonsäulen gebaut. Beben war auf Westland zu spüren Das Beben war in ganz Griechenland zu spüren, aber auch auf Malta, in Albanien und Süditalien sowie entlang der Westküste der Türkei. Eine nennenswerte Flutwelle entstand griechischen Seismologen zu folgen nicht, so dass es keine Tsunami-Warnung gab. Die Region des irnischen Meeres ist erdbebengefährdet. Westlich der Inselgruppe verläuft ein tiefer Graben am Meeresgrund. Dort treffen die europäische und die afrikanische Kontinentalplatte aufeinander. Durch die Reibungen der gewaltigen Platten werden immer wieder starke Weben ausgelöst.